Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal WorldControl RC. Ich freue mich, dass du mit am Start bist. In diesem Video möchte ich dir in aller Kürze zeigen, wie du hier vorne dein Multifunktionswerkzeug bei dem Huina 1518 wechselst. Ich habe hier einfach mal das Beispiel, ich möchte vom Greifer auf die normale Schaufel wechseln. Und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich dir jetzt. Zunächst einmal solltest du folgende Dinge aus deinem Bordwerkzeug holen. Und zwar hast du zum einen hier so einen kleinen Schraubschlüssel. Den kannst du allerdings auch ersetzen durch dieses Teil hier. Das kennst du sicherlich aus manchen Tamiya Modellbau setzen. Dort kann man hiermit die Randmuttern festziehen. Dieses Teil kannst du auf jeden Fall auch verwenden. Und deinen passenden Schraubendreher aus dem Bordwerkzeug. Ansonsten, wenn du dieselbe Größe zu Hause hast, kannst du den natürlich auch daraus verwenden. Los geht's. Als erstes schaltest du am besten deinen Bagger einmal ein und bringst den Arm hier vorne in eine für dich einfache Position, dass du gut an alle Schrauben drankommst. Das sollte schon völlig ausreichen, um hier an die Schrauben ranzukommen. Zunächst löst du mit dem Schraubendreher diese Schraube. Die Mutter auf der gegenüberliegenden Seite musst du nicht festhalten. Die ist fest hier mit dem Greifer verbunden. Wenn du diese Schraube so weit angelöst hast, kannst du sie ganz einfach rausziehen. Dann kommt dir dieses Teil hier schon entgegen und auf der anderen Seite hast du dann hier deine kleine Mutter. So sieht das Ganze aus. Als nächstes kümmerst du dich um die Schraube hier oben. Du siehst, hier kannst du mit dem Schraubendreher nicht rein. Deswegen drehen wir einmal und schauen uns die andere Seite an. So sieht es jetzt auf der anderen Seite des Greifers aus. Hier nehme ich jetzt dieses Werkzeug, was ich dir vorhin gezeigt hatte und nehme dann hier die kleinere Seite. Hiermit kann ich die Mutter anlösen. Die Schraube auf der anderen Seite sitzt hierbei fest und du kannst es ganz einfach lösen. Im Anschluss kannst du der Schraube hier ein bisschen Druck geben und diese hier ganz einfach rausziehen. Ich zeige es dir hier nochmal von der anderen Seite. So sieht das aus, wenn du den Stift hier rausziehst. Du siehst hier Vierkant und auch die Schraube hat so ein Vierkantmuster, sodass ich diese nicht drehen konnte. Wenn du die beiden Schrauben gelöst hast, kannst du den unteren Teil deiner Schaufel hier schon direkt abnehmen bzw. deines Greifers. Auf der anderen Seite gibt es jetzt noch eine ganz kleine Schraube. Die musst du noch lösen, damit du auch diesen Teil des Greifers abbekommst. Mit dieser Schraube hast du vorher diesen Greifer hier fixiert, sodass sich wirklich nur diese Seite des Greifers bewegt hat und an die Schraube kommst du jetzt auch nur dran, wenn du ein Teil des Greifers bereits entfernt hast. Diese Schraube musst du nun noch lösen. Achte dabei darauf, dass dir diese bitte nicht verloren geht, pack sie am besten direkt in deinen Zubehörbeutel vom Huiner mit rein. Wenn du beide Schrauben gelöst hast hier und auch die kleine, dann sieht das Ganze so aus. Jetzt ist der Baggerarm bereit für seine Schaufel. Um die Schaufel zu befestigen, fängst du meiner Meinung nach am besten hier wieder mit der Vierkantschraube an. Sie hat ein Vierkantprofil im Gegensatz zu der anderen Schraube und du siehst auch hier oben an der Schaufel, hier kommt diese Schraube hier durch. Setzen wir das Ganze mal an. Wenn diese Schraube so weit drin sitzt, kannst du hier eine von deinen kleinen Muttern nehmen, sie hier in dein Werkzeug hier oben reinlegen und auf der anderen Seite schon festschrauben. Die Schaufel baumelt jetzt hier so weit an deinem Arm, aber damit sie später richtig funktioniert, musst du natürlich diesen Bereich hier auch noch festmachen. Such dir hier mit dem Arm einfach eine schöne Position aus, wie du sie ganz einfach montieren kannst. Da ist es dann praktisch, wenn du deinen Bagger bereits eingeschaltet hast. Bewege einfach hier diesen Bereich so weit, dass du sagst, jetzt kann ich die Schaufel gut montieren. Das sieht für mich schon sehr gut aus. Du siehst hier jetzt die Ausbuchtung für deine Mutter. Das heißt also, die Schraube mit dem Kreuzschraubendreher, die kannst du dann von der anderen Seite einmal einstecken und hier vorne setzt du einfach die Mutter auf. Dann kannst du die Schraube auf der anderen Seite mit deinem Kreuzschraubendreher festdrehen und schon ist deine Schaufel betriebsbereit. Wer möchte, kann jetzt hier noch so ein bisschen Silikonöl oder Fett anbringen, sodass die Schaufel immer gut geschmiert ist. In der Regel klappt das auch so. Ich habe das hier schon mal gefettet, deswegen sind meine Finger auch ein klein wenig dreckig. Ich hoffe, dieses kleine Mini-Video hier zum Zubehörwechsel beim Huina 1580 konnte dir etwas weiterhelfen und ich würde mich freuen, wenn du bei Gelegenheit wieder auf meinem Kanal vorbeischaust. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute, bleibt gesund, dein World Control RC.